Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Schaltkreis für Getriebeöldrucksensor Schalter A, was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangmotordiagnose gilt normalerweise für alle mit OBD2 ausgestatteten Fahrzeuge, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nissan, Dodge, Chrysler, Honda, Chevrolet, GMC, Toyota und so weiter, scheint jedoch am häufigsten bei Nissan-Fahrzeugen zu auftreten. Der Getriebeöldrucksensor Schalter TFPS ist normalerweise an der Seite des Ventilkörpers im Getriebe angebracht, obwohl er manchmal an der Seite des Getriebegehäuses Gehäuses selbst angeschraubt ist. Das TFPS wandelt die mechanischen Getriebedrücke in ein elektrisches Signal für das Antriebsstrangsteuermodul PCM oder das Getriebesteuerungsmodul TCM. Um typischerweise informiert das PCM-TCM dann andere Steuerungen, die den Datenkommunikationsbus des Fahrzeugs verwenden, das PCM-TCM empfängt dieses Spannungssignal, um den Betriebsdruck des Getriebes zu bestimmen. Oder wenn eine Verschiebung auftritt, dieser Code wird gesetzt, wenn dieser A-Eingang nicht mit den normalen Betriebsspannungen übereinstimmt, die im Speicher des PCM-TCM gespeichert sind. Dies kann auch auf interne mechanische Probleme im Getriebe zurückzuführen sein. Beziehen Sie sich auf ein fahrzeugspezifisches Reparaturhandbuch, um festzustellen, welches der A-Schaltung für Ihr bestimmtes Fahrzeug ist. P0840 ist in der Regel ein Problem mit dem Stromkreis, TFPS-Sensorkreis. Wie bereits erwähnt, kann dieser Code jedoch auch aufgrund mechanischer Probleme interne Undichtigkeiten, gerissene oder fehlende Rückschlagkugeln im Ventilgehäuse, niedriger Betriebsdruck des Systems Hauptleitungsdruck eingestellt werden. Ventil im Ventilkörper stecken Dies kann in der Phase der Fehlerbehebung nicht übersehen werden, insbesondere wenn es sich um ein zeitweise auftretendes Problem handelt. Die Schritte zur Fehlerbehebung können je nach Hersteller, Typ des TFPS-Sensors und Kabelfarben variieren. Zugehöriger Transfluid-Drucksensor A Schaltkreis P0841 Getriebeöldrucksensor Schalter A Schaltkreis Der Schweregrad hängt davon ab, in welchem Stromkreis der Fehler aufgetreten ist. Da es sich um einen elektrischen Fehler handelt, kann das PCM-TCM dies bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Der Fehler kann bedeuten, dass das PCM-TCM die Schaltung des Getriebes ändert, wenn es elektronisch gesteuert wird. Zu den Symptomen eines P0840 Motorkodes können gehören, Störungsanzeigelampe Anänderung der Schichtqualität Fahrzeug startet im zweiten oder dritten Gang Hinken im Modus Ursachen In der Regel sind die Ursachen für das Festlegen dieses Kurz-Unterbrechung im Signalstromkreis zum TFPS-Sensor Möglich Kurzschluss zur Spannung im Signalstromkreis zum TFPS-Sensor Möglich Kurzschluss nach Masse im Signalstromkreis zum TFPS-Sensor Möglich Fehlgeschlagener TFPS-Sensor Wahrscheinlich internes mechanisches Übertragungsproblem Möglich PCM-Fehlgeschlagen Unwahrscheinlich Programmierung nach Austausch erforderlich Diagnose- und Reparaturverfahren Ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach technischen Service-Buildtanks TSB für Ihr bestimmtes Fahrzeug Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen Ein gutes Beispiel hierfür wäre, wenn zusammen mit dem P0840 bekannte leistungsbezogene Codes eingestellt sind oder wenn mehr als ein Drucksensor-Schalter-Code eingestellt ist Wenn ja, beginnen Sie Ihre Diagnose zuerst mit dem strombezogenen Fehler-Code oder zuerst mit der Mehrfach-Code-Diagnose Da dies der Grund für den P0840 sein kann Suchen Sie als nächstes den Getriebeöldrucksensor-Schalter TFPS an Ihrem Fahrzeug Das TFPS ist normalerweise an der Seite des Ventilkörpers im Getriebe angebracht Obwohl es manchmal an der Seite des Getriebegehäuses Gehäuses selbst angeschraubt ist Überprüfen Sie nach dem Auffinden den Stecker und die Verkabelung Visuell suchen Sie nach Kratzern, Reiben, blanken Drähten, Brandflecken oder geschmolzenem Kunststoff Ziehen Sie den Stecker auseinander und überprüfen Sie sorgfältig die Klemmen, die Metallteile im Stecker Überprüfen Sie, ob Sie verbrannt aussehen oder einen grünen Farbton aufweisen, der auf Korrosion hinweist Insbesondere wenn Sie außerhalb des Getriebegehäuses angebracht sind Verwenden Sie einen elektrischen Kontaktreiniger und eine Kunststoffbürste Wenn die Klemmen gereinigt werden müssen, trocknen lassen und an der Stelle, an der sich die Klemmen berühren, elektrisches Fett auftragen Wenn Sie einen Diagnosetester haben, löschen Sie die Diagnosefehlercodes aus dem Speicher und prüfen Sie, ob der P0840-Code zurückgegeben wird Wenn dies nicht der Fall ist, waren die Verbindungen höchstwahrscheinlich Ihr Problem Dies ist das häufigste Problem für diesen Code, da die externen Übertragungsverbindungen die meisten Korrosionsprobleme aufweisen Wenn der P0840-Code zurückkehrt, müssen wir den TFPS-Sensor und die zugehörigen Schaltkreise testen Ziehen Sie bei ausgeschaltetem Schlüssel den elektrischen Stecker am TFPS-Sensor ab Schließen Sie ein schwarzes Kabel des digitalen Voltmeters DVOM an die Erdung oder die niedrige Referenzklemme am Kabelbaumstecker des TFPS-Sensors an Das rote Kabel des digitalen Voltmeters an die Signalklemme am Kabelbaumstecker des TFPS-Sensors anschließen Motor einschalten Überprüfen Sie die Angaben des Herstellers Das Voltmeter sollte entweder 12 Volt oder 5 Volt anzeigen Wackeln Sie mit den Verbindungen, um festzustellen, ob sie sich ändern Wenn die Spannung nicht korrekt ist, reparieren Sie das Strom- oder Erdungskabel oder ersetzen Sie das PCM-TCM Wenn der vorherige Test bestanden wurde, schließen Sie eine Leitung eines Ohmmeters an die Signalklemme am TFPS-Sensor und die andere Leitung an die Erdungs- oder niedrige Referenzklemme am Sensor an Überprüfen Sie die Herstellerspezifikationen zum Widerstand des Sensors, um den Druckwiderstand genau zu testen Wenn kein Druck auf ihn ausgeübt wird, wackeln Sie mit dem Stecker am Getriebeöldrucksensorschalter, während Sie den Widerstand überwachen Wenn die Ohmmeterwerte nicht übereinstimmen, ersetzen Sie das TFPS Wenn alle vorherigen Tests bestanden wurden und Sie weiterhin einen P0840 erhalten, würde dies höchstwahrscheinlich auf einen ausgefallenen TFPS-Sensor hinweisen Obwohl ein ausgefallenes PCM-TCM nicht ausgeschlossen werden konnte und auch keine internen Übertragungsstörungen auftreten konnten, bis der TFPS-Sensor ausgetauscht wurde Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen ausgebildeten CARFTS-Diagnostiker PCM-TCMs müssen auf das Fahrzeug programmiert oder kalibriert sein, um korrekt installiert zu werden Wie soll die Falljugend nun maneuverieren Sie den Fokus beobachten? Frau Krü Theseus